Durch Digitalisierung und neue IT-Lösungen wird es zunehmend leichter, eine Vielzahl von Anträgen, Beschwerden oder Klagen innerhalb kürzester Zeit einzureichen. Die Abwehr solcher Massenverfahren stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Viele Legal Tech-Anbieter und spezialisierte Klägerkanzleien sammeln zudem gezielt potenzielle Kläger ein, um eine Drohkulisse zu schaffen und so den Vergleichsdruck auf Unternehmen zu erhöhen. Die Folge, eine Vielzahl von Vorgängen mit gleichgelagerten Sachverhalten. Die Einzelbearbeitung dieser Vorgänge benötigt viel Zeit und kostet Geld. Denn gerade für das händische Erstellen von Dokumenten wie etwa Klageerwiderungen oder Antwortschreiben wird viel Manpower benötigt, um die zeitgerechte Bearbeitung der Sachverhalte zu gewährleisten. Umso wichtiger ist es, klassische Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Lösung? Wir wehren für unsere Mandanten Massenverfahren mithilfe der PwC Mass Claims Machine ab und unterstützen gerne auch Ihr Unternehmen. Unsere Mass Claims Machine analysiert Schriftstücke und extrahiert relevante Daten. Dazu legt sie automatisch E-Akten an. Anhand dieser extrahierten Daten erstellt sie in einem weiteren Schritt mithilfe von uns erstellter Texte und hinterlegte Argumente die für den jeweiligen Vorgang erforderlichen Dokumente. Diese Form der Automatisierung garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität und spart darüber hinaus Zeit und wertvolle Ressourcen. Unsere hochqualifizierten Rechtsanwälte können sich darauf konzentrieren, die Strategie und rechtliche Argumentation zu entwickeln. Anschließend überwachen sie die Mass Claims Machine, kontrollieren die automatisiert erstellten Dokumente und passen Strategie und Argumentation an aktuelle Entwicklungen an. So bieten wir durch den Einsatz der Mass Claims Machine eine zuverlässige Koordination von Massenverfahren und zugleich eine umfassende Betreuung aus einer Hand. Dabei behalten unsere Mandanten und wir mittels unseres freikonfigurierbaren Dashboards jederzeit den Überblick in Echtzeit. Das Dashboard informiert über den Bearbeitungsstand jedes einzelnen Verfahrens, zeigt Kosten- und Haftungsrisiken auf und hält weitere relevante Kennzahlen bereit. Der Einsatz der Mass Claims Machine optimiert den gesamten Workflow und macht Massenverfahren transparent. Zugleich werden Risiken wie etwa ausufernde Kosten und übermäßige Ressourcenbindung beherrschbar. Haben wir Ihr Interesse geweckt?